hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge mist so heute wird ein wenig gebaut und vielleicht ein zwei drei häuser im dorf werden uns anschauen aber ganz wichtig heute wird gebaut wir brauchen eine schmiede ja und ein parkplatz was ich auch gerne gemacht hätte es natürlich ein zwei drei weitere autos flott gemacht ja aber das werden wir alles hinkriegen mit der zeit kommt zeit kommt um rad na da laufen wir schnell raus so hier die abendstimmung das sieht super aus so wir brauchen auf jeden fall cook import nö 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 das brauchen ein water barrel dazu brauchen die haben wir nicht das kann man machen ein water purifier das problem ist nur wir haben keine kanister so also können wir keine das werden wir gleich mal bauen workbench 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 okay müssen wir wieder rein so und super so wo bauen wir die workbench hin hier also da 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 brauchen wir nämlich auch noch nägel so wir eine berlin der d�를 könnten sich auch hier so und sex-ein wenig für das fenster ein wenig ein klein wenig so vielleicht so Breitchen brauchen wir dafür genau das und dann noch das andere da ist eh vor der Tür alles hier haben wir noch Hunger das ist hier drin der Hunger, der Gute so dann werden wir heute ein wenig ein wenig zumindest hier einmal Einrichtung bauen und so so super dann haben wir was was brauchst du noch hat er gesagt davon davon und Breitchen 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 so wir haben das in der Pfote aber Säge, Säge fehlt uns die holen wir gleich mal so wir brauchen das da Axt haben wir wie viel ist mit einem kleinen Messerchen das nichts mehr kann und das werfen wir da hin so wir brauchen wir brauchen davon was und davon was ja so dafür haben wir hier nö das das da ist der Autokasten Reifene viele Reifene so würde das jetzt hier da reinwursteln so dann ähm ja bauen wir das mal nö nö ja genau sowas da super oder das bauen wir einfach einfach so warum weil es geht so herrlich interakten okay okay Fireboot können wir damit noch machen das war glaube ich früher auch so so wir brauchen acht Stück von kriege ich die eigentlich weg ich will sie weg da 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 brauchen wir sowieso so wir brauchen noch mal gleich so und ähm brauchen tun wir sowieso so mit ihm hier nö ja aber die geht nicht weg schade schade sie geht nicht weg so vier fehlen noch die machen wir uns gleich da 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 so super wunderbar wunderbar die kann man da noch ein so soll es sein da kommt das Holz hinein yeah interakten wir können eigentlich jetzt Nägel wir können Nägel machen wir können Leder machen ausgetrocknet Wahnsinn 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 was wir alles können so wir schauen mal was brauchen wir hier noch für wo ist unser Trockengestell hier da brauchen wir Nägel so dann gehen wir hier mal damit kann ich hoffe ihr seht noch irgendwas das ist immer so ein wenig naja 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 so laufen wir hierher also wir brauchen Nägel wir machen 16 das müsste passen so wunderbar 16 Nägel steichhölzer können wir machen hier Kette Werkzeuge das bräuchte man halt bauen wir das gleich ach komm das bauen wir gleich mal craft yourself super das craften wir bam so was haben wir da noch Gaskanister ja Lockpick small trap und eine Bottle of Water sagt er und baut zwei so bam bam yeah great kann man sogar machen dann so von den Waffen her ja will ich unbedingt haben hier Muni Pfeile yeah schön ganz gut ach der Köcher der Köcher so zischen ein Coke ins Hirn so da unten habe ich nämlich einen Teich gesehen ja ist gut so könnten wir in der Zwischenzeit könnten wir auch so ein Ding essen aber das können wir später auch machen so wir brauchen hier auf jeden Fall das da contains 100 Liter of Water so wir stellen uns das da halt da hier einfach so so was brauchen wir 10 Nägel ach verdammt so wo ist der Hammer hier ist der Hammer das können wir rauslegen das können wir rauslegen auslegen auslegen äh auslegen so wie war das wunderbar die Nägel herrlich yeah dann brauchen wir noch Bretter so auf zu den Bäumen da sind ein paar drin 1 2 3 die werden wir jetzt gleich verwursten 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 das geht hier zwar nicht aber ist ok so einmal noch nö nö so dann Bretter 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 so dann machen wir uns das mal müde müde wie müde da war gerade ein Zombie vor der Tür yeah so das kommt da rein super so jetzt können wir Wasser hier speichern da kommen wir zwar nicht durch aber wir können drüber springen und da könnten wir so eine äh na die da der Purifier der 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 so der gute alte Purifier Feuer so wenn wir den da her so her platzieren hier und was braucht der nochmal acht steine und vier brennholz so irgendwo haben wir steine ach es ist so dunkel zünden wir ihn vorher an so brennholz ist mal da das ist mal gut so nur das mit so wir brauchen steinchen wo haben wir steinchen 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 oh ja so viele steinchen wir haben hier einen Kasten da sind steinchen drin da gehen wir jetzt die 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 zurück so wir holen uns hier für steinchen so und brennholz kommt auch gleich ein wunderbar ich sehe hier keinen ui nein ich möchte gerne mit dem Speer ich möchte ungern der fischen auf die füße nö geht nicht na gut egal so überlegen wir uns an anderes mit zäunen und so ist sowieso besser wenn wir da zäune haben und eine tür davor wesentlich besser so jetzt haben wir das zeug hier wunderbar ups wieso will ich jetzt auf einmal niegel wenn ich da drauf klicke ok ok so wir brauchen streichhäuter dafür und dann wasser natürlich wir haben jetzt mal hier und hier das ist schon mal gut ja ja da außen knackert er noch nö da gehört das das rein so das Speer haben wir ja auch noch in der Hand so negel was brauchen wir noch wir haben hier jetzt den water hier ja ja oh ja Gott er hat einen weißen Mantel an da sehe ich ihn direkt vor der Kirchen Wand hier er kriegt mich aber ich kriege ihn nicht verdammte Axt so nö wir wollen noch was bauen Bübelfeiergenerator lassen wir vorerst Abfalleinbar lassen wir auch mal so das wollen wir noch bauen aber da brauchen wir noch da brauchen wir irgendwas brauchen wir noch für das zum aufhängen und das oh und schau das ja und das können wir natürlich jetzt schon bauen das wäre zwar ideal für draußen aber wenn es Winter wird bauen wir sowieso drinnen einen so nein wir bauen den draußen oder das da will ich aber auch noch anfüllen hier ach das ist man selber so schierig eingebaut jetzt schlafen mal schlafen damit wir alle wieder mehr sehen so Stunden was weiß ich sieben acht ja wir schlafen zehn Stunden acht Stunden äh ach so ja ok was will er Nägel super und da irgendwo haben wir ein so ein Lederteilchen Leder hier so interakten ja super eigentlich könnte man das auch mal anzünden aber so was haben wir da Potato ja das könnte man skrillen nämlich so nö schlicht man nur da runter so dann haben wir hier Moment Moment Samen gebe ich jetzt vorerst auch mal hier rein das war Medikament das war gut das ist gut das ist gut die Säge kommt dann nach unten wir brauchen was weiß ich nehmen wir zweimal mit so und zwar wenn wir jetzt das hier machen das läuft ja selbst super komm wir machen noch mehr wir machen noch mehr so oben zwei Säge brauchen wir noch Split One Split One und jetzt wollen wir noch zweimal ja Split Hammer mitgenommen haben wir es halt nicht würde helfen so geht nicht das Messer ist weg okay haben wir so viele Messer gehabt und das hunderter Messer ist jetzt weg gut so nö yeah super super die hängen wir gleich auf so interakten die sind ja alle trocken das ist noch nicht trocken so die Eingeweide aber das macht nichts so super eine ganze Reihe noch das wird schön jetzt wird fehl da steht der Zombie und schlägt durch so das werden wir anfüllen gehen dazu brauchen wir aber auch noch einen Kübel einen Eimer einen qualifizierten qualifizierten ja den auch so qualitativ vier vier metall ein component vier metall ein component so ein component oh den haben wir okay so und vier metall dann machen wir mal Split Half yeah so die Nägel lege ich vorerst mal da rein so soll es sein da müssen jetzt die Nägel rein so ja ich weiß ja auch nicht so ja ich weiß ja auch nicht so weil Leute steig jetzt ich überlege gerade so zuerst brauchen wir auf jeden Fall einmal einen Kübel yeah so craft yourself ich würde gerne schlafen irgendwie würde ich gerne schlafen so ähm geht's jetzt einfach in der Mitte der Kirche Kirche wenigstens sechs Stunden oh ja es geht es geht es geht es geht oh ja dehydriert tja so dann nehmen wir da gleich mal nö hier drink schön Coke in der Früh gleich zischen yeah wunderbar wunderbar fehlt nur noch ein wenig Hunger und dann sind wir durch so drying rack bald hat es ausgedient als Türabsperre yeah so den nehmen wir mit move genau super ja machen wir doch zu man weiß es ja nicht man weiß es ja nicht man weiß es ja nicht so move das war der mit weißem Mantel oder der hat ja gar nichts so dann hier runter da ist irgendwo ein Teich da ist ein Teich da ist ein Teich so so Philipp Bottle wir schauen mal weil wir haben ja den Eimer so vier hier Eimer E Interact okay wie war denn das wie war denn das das ist das jetzt wirklich so eine so eine langwierige Sache so Interact mit dem Kübel hier rein geht ja okay langwierig ist alles relativ alles ist relativ vier da haben wir die noch nicht drinnen naja zwei Kübel wären jetzt echt besser so wollen wir den besten Weg finden wie man das macht so Kübel da rein Gif ich möchte ihn schon anfüllen also das das wäre mir schon wichtig so vier anfüllen fülle das ist viel zu so hier Kübel nein Gif so wieder raus vier füllen eins Interact das ist eine Arbeit die du in der Nacht machen kannst ja genau so nö nein nein so jetzt haben wir die Hälfte drinnen ich würde mal sagen für den Anfang muss das reichen oder eigentlich nicht komm wir machen den voll wir machen den voll wir haben es ja gleich wir haben es gleich na es ist halt schade dass man da immer wechseln muss mit mehreren Kübeln wäre das natürlich besser hier weil dann könnte man immer mehrere anfüllen das werden wir uns fürs nächste Mal wenn wir das machen dass wir mit mehreren Kübeln näher kommen was man in der Hand hat kann man ja nicht aus der Hand rausnehmen so und somit muss man auch immer hier Waffe wechseln oder irgendwas so super aber immerhin wir haben es ja gleich 300 Liter sind drin Gif yeah so leerer Eimer hier und hier die zwei füllen wir auch noch an so fülle Bottle nö geht nicht grad cancel fülle vier fülle so da haben wir hier viel yeah das sieht sauber aus safe water ich verstehe es nicht ganz wir hatten das schon mal mit mit unsafe water so jetzt haben wir unsafe gut 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 das nehmen wir mit yeah unser schönes Fass das Fässchen das Fässchen das Fässchen na 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 so Fässchen kommt rein so soll es sein das Fässchen muss in die Kirche rein muß so das moved hierher das Fässchen moved hier rein so soll es sein das Fässchen ist fast ganz vorne so dann haben wir das hier? Ganz toll, da werden wir dann einfüllen. Gut, das ist jetzt safe, das ist jetzt, ja, so, wie viel Liter passen rein? Das waren genau 10. Ja, so, das legen wir dabei da her, wir brauchen Streichhäuser, wir brauchen die Borke, die Borke, die Borke, die Borke. So, können wir irgendwie ablegen? Hm, was können wir da ablegen? Völlig egal. Ja, unbedingt sortieren, das hilft nichts, das muss unbedingt, das ist Holz. Wir haben doch einen Holzkasten hier, so. So, Steinekasten, super. Dann haben wir hier Waffen, da legen wir mal das rein, weil ich hätte es gern, aber egal. Ach komm, dann beleiten wir uns. Wenn ich es gerne hätte, darf ich es behalten. So, ansonsten Waffe, nö, aber Werkzeug hier. Bam, bam, bam und er hier. Oh, die gute alte Crewbar, die müssen wir sowieso behalten. Den Kanister schleppen wir mit. Die Axt kommt da rein. Einfach nur, weil es geht. Darum kümmern wir uns morgen, später. Jetzt geht's mal in ein Häuschen rein. So, da bin ich auch gespannt. Ab in ein Häuschen. Da nur noch mal checken, ich kann mich ja nicht erinnern. Ja, der war leer, der war leer, der Lootwagen steht bereit. Yeah, es ist soweit. Der Lootwagen, er ist bereit. So, super Lashing. Ah, ganz toll. Eigentlich wollte ich ja noch einen Ofen bauen, aber das können wir in der Nacht machen. Das war schön. So, Toilettenhäuschen. Super. Ja, diese Fetzen hier. An jeder Ecke hat Textilien. Hier. Wahnsinn, oder? Mhm. So. Mal rein mit dem Zoll. Wir machen da jetzt Trinken. Ist auch das gute Wasser. So, sehr schön, danke. So, da ist Gas. Da war Giftgas. Genau. Giftgas. Das ist kein Spaß. Da geht's ein. Giftgas. Wollte ich mal sagen, immer das da. Oh, da steht ja oben. Da sind ja welche drin. Reifene. Da ist die Tür sogar offen. War ich eigentlich? Okay. Wie viele sind's wohl? Ah, Toilettenhäuschen. Okay, die sind ja nicht durch die Tür durch. Eins, zwei, drei. Wahnsinn. Drei. Naja, das könnte, das könnte herausfordernd werden. Tür auf und gleich wieder zu. Einen rauslassen. Oder hier einzeln rauslocken. Aber da sehe ich gar nichts. Sieht auch nur schlecht hier. Wie sieht's denn aus eigentlich mit? Ja, das geht. Ja, wir könnten es wagen. Wir könnten es wagen. Wir könnten es wagen. Okay. Fast. Fast. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich habe nämlich davor, bevor wir da reingehen, müssen wir vorher noch einen Safe-Spot-Safe-Point fixieren. Oh, es gibt Yoga wieder. Woman Self-Defense. Ja, ganz, ganz, ganz praktisch hier in dieser Welt. Hallo? Oh ja, ganz toll. Geh nicht zu mir. Okay. Okay, die Tür geht nicht auf. Bei Zombiespielen, ich weiß nicht, Toiletten und so. Ist das gut? Ein bisschen. Gut. Toilette ging auch nicht auf. Da war schon länger niemand. Da war schon länger niemand. Reifene. Sehr gut. Geht auch nicht auf. Gut, ist auch private. So. Und da drüben steht auch ein Wagen, den werden wir dann fit machen. Ein Ästchen. Super. So, den Wagen werden wir auch fit machen. Hätte ich gern. Hätte ich gern. Wow. Da ist das ganze Zeug noch drin. Das könnte uns aber hier zum Beispiel so mit innen. Das wäre gut. Und wenn wir hier die Reifen lassen, da ist auch Giftgas. Okay. So. Reifene. Proceed. Bitte jetzt kein Nebel. So. Reifene. Proceed. Bitte jetzt kein Nebel. Oh, wie lange das dauert. So. Reifene. Proceed. Yeah. Sehr schön. So. Tankfüllen. Yeah. So. Also. Batterie, Motor, Zündkerze. Dann wäre der Wagen fit. Boah, so im Hintergrund habe ich geglaubt, da kommt jetzt der Nebel. Kann man hier in das Haus rein? Nö. Wieso nicht? Okay, da ist er auch zu. Oh, sehr gut. Wie praktisch. Wir haben eh gerade Hunger. Da war der rote Wagen. Da gibt es auch einen oberen Stock, da müssen wir natürlich gleich hin. Wunderbar, das könnte man ganz toll als Base, aber den Fehler machen wir nicht. Ich bin schon als froh, dass wir die Kirche genommen haben. Da wurde nichts mehr adaptiert. oh mein gerade das hier was können wir das können wir essen hier schneller ok die lagerhalle ist auch noch geschlossen wieder so ein giftgas haus hören wir mal aber ich denke wir hören hier zombies oder fies dieses giftgas fies fies da sind wir mit das sind wir mit fleschen geht nicht mit ok 88 oh ja wo bräuchten wir oh ja wo bräuchten wir da sind sachen drin da könnten lupen geben so aber wir sind es gleich meine lieben so wir packen hier mal einfach so einfach rein so soll es nämlich auch sein so und das eine textil ist wieder verschwunden wahnsinn macht aber nichts könnte man abzapfen aber so diese ziegelsteine und natürlich auch die lorchs ja super die kommen uns ganz gelegen ganz gelegen so general store ja mit gasmaske wird es besser so meine lieben das war's für die heutige folge ich bedanke mich fürs dabei sein und wir sehen uns wieder in der nächsten folge bis dann tschüss bis